Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zu Alpcram TV. Wir sind gerade unterwegs mit den Boards. Kann man schon sehen hier. Und wir drehen hier. Was sehen wir denn? Wir drehen ein Video, wie soll es denn sein? Aber der gute Schengler hat das Mikrofon vergessen. Und in der Zeit dachten wir, derweil, performen wir hier ein bisschen für euch. Ja! Hey! Oh, hier ist gar nicht die Trouble. Richtig der Trouble. Freunde, wir halten Service jetzt auch durch mit den TV-Uploads. Ich wette, es gab einige Stimmen, die dachten, dass das nicht so wird. Aber wir sind dabei. Lass mal warten hier. Warte. Drei, zwei, eins. So Freunde, wir sind jetzt wieder drin. Wir haben gerade ausgelost, weil in einem Take müssen zwei Leute sein. Und wir haben noch insgesamt vier. Das heißt, einer muss doppelt. Und wir haben gerade Schere, Stein, Papier gemacht. Wer doppelt muss? Und der Verlierer ist ... Ich bin 80% des Videos, bin ich, Alter. Ja, wir haben richtig oft Schere-Stein-Papier, und Jan hat nur verloren. Was sagen Sie dazu, Jan Do, Grubel? Nice, nice, nice. Nice, es ist alles so nice. Ich kock mir in die Hose, Alter. So ein Key-Philosophy, Alter. So, liebe Freunde, ich lieg hier jetzt rum. Ich bin ja der Winner of the Situation hier, ne? Auf the situation, okay, Kamera rein. Wir machen Ego-Massage. Ego? Ja, ja, feiern komm ich heute auf jeden Fall mit, aber meine Freundin hat gesagt, ich soll nichts trinken, und dann mach ich das auch nicht. Ach, mir die Revolution! Oh, gut, 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 abgeschossen. Komm, jetzt. Ich bin jetzt. Freunde, kurzer Einschub hier per Handy, weil die Kamera weg ist. Keiner hat Bock, die grad zu holen. Wir spielen jetzt Schere-Stein-Papier, wer so eine Nebenrolle machen muss, weil Jan grad schon verloren hat. Jan verliert jedes Spiel. Okay, los, 3, 2, 1. Ah, scheiße. Alter, der Jack ist das doch gar nicht verloren heute. Was? Das ist abgelaufen. Jan, es hat echt alle abgezogen. Ich kann mit Augen zu filmen. Und es wird trotzdem... guten Knick. Jetzt hören wir mal. Okay. 3, 2, 1. Ciao. Ah, nee, warte. Was ist mit den 10 Euro, die ich hier liebe? Hallo, was denn? Die 10 Euro. Ach so. So, liebe Freunde. Wir haben abgedreht. Das Fan-Produkt seht ihr, wann kommt denn das? Das kommt diesen Freitag am... Ähm... Ist der 1. Mai? Ja, liebe Freunde. Wir hoffen, dass euch das Produkt gefällt. Euch schaut auf jeden Fall rein. Und es heißt der Meiser. Ist echt so... Oh, das ist so schwer. Mach! 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 Ich krieg's nicht hoch! Mach! 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 Mach!